Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge von Clash of Clins. Wie ihr seht, ich gembe gerade mein Alter, bist du behindert? Jetzt spinnts Internet auch mal. Oder das Spiel selber. Ne, generell ist das Internet. Und ja, Leute, ich greife jetzt an. Ich brauche nämlich Elixier. Aber ich will dabei auch welche angreifen, die viel haben. Und dabei keine Pokale verlieren. Und das muss ich halt erstmal schaffen. Keine Pokale zu verlieren. Oh, scheiße, da ist ein bisschen viel. Aber ich weiß nicht, ob ich durchkomme. Was? Ich habe keine Heilerwiesen. Ist das möglich auf einmal? Scheiße, auf die riesen Lacken. Oh, Mann, die gehen jetzt alle auf die. Ja, vor allem die auch noch. Der scheiß Wienwerfer. Ja, ich verste es mal. Oh, Scheiße. Wer ist da für eine Scheiße? Oder wie geometric ist. Wut Zauber. Einfach mal. Das war aber was. Okay, ich komm ins Rad aus Christe. das rathaus kriegst aber unkönig enttäuschend jetzt fertig von dem scheiß verdammten wie scheiß drauf wenn er stirbt hauptsache kriegt 4 hauptsache jetzt aufgeben einfach das stimmt doch nicht und man hat er muss zwar jetzt die tatsache und das ist auch das gute daran und dann beende ich meine folge für heute die menschen nicht die trug rechts 35 30 was solche reinfüllen Und dann war alle ja mit der Bogeys. Ehhh. hier können schön 20 stück so ich auch schon